Also Po? Oh Gott. Okay, jetzt weiß ich auch, wo der Name Limestone herkommt. Ha! Ist schon okay. Mach voll das Ding. Go, go! Das dauert echt lange. So, netherrack, dirt. Das kann hier hin. Lim, lim, lim. Wie die kommen? Wow. Das lag immer mehr wahrscheinlich, weil es gerade fließt. Das ist immer ein bisschen übelst. Hier ist irgendwo eine Spinne. Ich kann wahrscheinlich nicht. Doch, kann ich. Wunderbar. Hubschrauber! Ich hasse Hubschrauber. Und das fließt immer noch. Oh Gott. Nun machen sie schon. Ich kann ja schon mal... Es gibt keinen Eimer. So, ähm. Was hat er gesagt? Let's quick climb mit. Was? Mix it with water in the water. You may need to expand your water two by two. For it to hold enough liquid to mix properly. Gut. Also gibt's kein quick climb buketo. No buketo. No. Dann müssen wir halt tricksen. Wie immer. Na, endlich. Du kommst mit. Ha, ha, ha. Und... Und... Nein. Trixie Trixie Trixie. 30.000 Millibuckets. Das ist mal ordentlich, Freunde. Puh. Ich hab da hinten noch den Wasser... Dings, äh. Sehr schön. Da können wir schön mixen. Oh. Ähm. Gebt mal her da. Und... Mix it, baby. Sehr gut. Gucken, wie viel es ist, was wir brauchen, um das zu mixen. Ih, ich hab grad voll ekelhaft trockene Hände. Wie kommt sowas für Stunde? Ich hasse es. Ah, da fängt es an zu bubbeln. Also bei 3.000 anscheinend. Im Mix fängt es an zu bubbeln. Und die gibt uns unser Magnesium. Magnees. Ist das Magnesium? Ist das Magnees? Das ist gar nicht. Oh, yeah. Schwuppdiwuppdiwuppdiwuppdiwuppdiwupp. Uh. Cool. Doch Magnesium. Sehr feini-fein. Molten Magneesium. Ja, okay. Und dann? Hab ich. Äh, Rautal, Magnesium, Titanium. So, once you have Magnesium, melt it down and mix it with molten impure titanium in London with meltriose Watt. Ja, okay, gut. Also das heißt, dann gehen wir einfach hier mit rein, werfen und schon kriegen wir geil shit. Und, ja, ich brauche mehr Limestone. Und, ja, ich brauche mehr Limestone. Und, ja, später. Das fließt und fließt. Ich so, die darf gern zu Ende fließen. Ja, wir brauchen noch mehr Limestone und, oh Gott, echt eine Menge Limestone. Wobei es geht, wenn es einen Liter pro Limestone gibt, ist es gar nicht so schlimm. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Molten Titanium. Das kann ich aber ausgießen. Oh, ja. Das kann ich ausgießen. Ich freu mich. So, Freunde. Ich freu mich. Und falls ihr mich erwähnt habt, dass ich mich freu, äh, ich freu mich. So, wir haben Titanium-Titan-Status erreicht. Ich bin happy. So. Ein Ingot sollen wir casten. Titanium Ingot. Und Wanderlisser. So, kommt sofort. Bitte schön. Hier sind wir. Titanium. Claim Reward. Leatherbricks. Und Titanium 4. Schön, schön, schön. So, jetzt können wir endlich hier. Oh Gott, ich muss die Emeralds finden. Ich muss die Emeralds finden. Achso, zusammenbauen wäre nicht schlecht. Ähm. Lüder da. Meteor... Ähm, nee, halt, stopp, was? Ähm, Mining-Level-Stil. Ja. Kann ich mit einem Diamanten das Mining-Level erhöhen? Gute Frage. Gute Frage. Wir werden es sofort erfahren. Nö. Dafür gebe ich keine Diamanten auf. Bzw. Also kein Mutti feiern. Okay. Gut, tauchen wir erstmal so mit, äh, auf den Dingern rum. Welche Stippe denn nervt hier so sehen? Ähm. So, nochmal rüber da. Wow, wir sind schon viel zu lang unterwegs. Machen wir da eine Doppelfolge, würde ich sagen. Hallo. So. Da. Mistvieh. So. Äh, Ardite und Kobalt. Nicht wahr? Äh, ist nicht sauer? Okay. Cool. Finde ich gut. So. Mhm. Mhm. Dann so, wir sind mal unser Ard und unser Kobalt. Zusammen. Ein Flammen-Doggy-Dog. Stopp. Stopp. Danke. Wisp. Ah, geht man hier noch im Sack? Mistvieh. Schweinehund. Ähm, war hier nicht irgendwo noch? Skull. Ähm. Saut. Osmium. Menölium. Menjulin. Menjulin. Das heißt Menjulin. Verdammt nochmal. Oh Gott, ich kann es dir einfach nicht merken. Hallo. Netherrack. Osmium. Kobalt. Ach. Das heißt, ich muss jetzt direkt wie... ne, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Diamond und Emerald. Oh Gott, ne Horde Hunde. Äh, Diamond war vorne gewesen. Oh Gott, ne Horde. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ne Horde. Das könnte noch übel werden, weil die sicherlich nicht so häufig anzutreffen sind. Ist das immer noch so hell bei mir draußen? Ich kann diese Spiele noch nachts spielen. Habe ich hier End of Glittering Rack hin platziert? Was ist los mit mir? Da sind sie sauer. Das war nicht nett. So, bitte mal hier. Zeugs, du bist? Ja, ja. Ähm. Puh. Oh. Können schwierig werden. Auszuwirken. Ah! Hm. Ist das Lapis? Ist das Salz? Ach halt, egal. Nervt mich nicht! Nervt mich nicht! Nervt mich nicht! Äh. Äh. Emerald. Puh. Hoffentlich finde ich ihn wieder nach Hause. Das ist viel schlimmer. Äh. Tja. Tja. Hm. Pst. Ruhe. Ach, Gast. Gast. Ich bin kein Nether-Emerald. Hier ist kein Emerald. Aua. Aua. Ist okay. Ja. Ich hab dein Ohr angefasst. Na und? Dein Ohr. Kein Ohr. Ohr. Nicht dein Ohr. Aua. Au. Ihr schlagt ganz schön hart zu, meine Freunde. Mit eurem blöden Goldschwerter. Nee. Das ist voll unfair. So. Ist hier noch was? Da vorne hab ich's Rautai geklaut. Rautai, Rautai. Wie auch immer. Hello. Hier glaub ich auch nur abgerund. Ja. Feurige Töne. Stauze. So. Da ist noch Cobalto. Aber Adite hab ich schon. Hm. Ach, komm. Guck's hin. Und? Ah, da. Sehr gut. Osmium. Ah, ich find's nix. Ich find's nix. Mist. Hm. Nitro Creeper. Achtung. Pigman. Komm at me, Bro. Dankeschön. Hallo. Äh, okay. Ähm. Noch so'n P.O. Ah. Ah. Das meine ich. Mistviecher. Aua, 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 aua. Ist mir dabei. Ah. Mist. Okay, so kommen wir anscheinend nicht weiter. Da müssen wir uns jetzt mal anderweitig kurz beschäftigen. Bis wir... Oh Gott. Kurz erst mal. Bis wir etwas mobiler sind unterwegs. Das ähm... Ah, aah. Ah, aah. Ah, aah, aah. Meins? Und, raus geht's. Ja. Es ist schon wieder Nacht, natürlich. So. Wie schaut es denn hier aus? Ganz viel Wasser, zu wenig Kühleim. Lass das. Okay, dann bräuchte ich mal Limestone. Wie sieht das Zeug aus? Ich hab's zwar gemacht, aber das heißt nicht. Neun Stück, drei Magnesium. Sehr schön. Oder ein bisschen mehr, weil wir haben nur 0,5 Zoll da. Hm. Ich weiß es nicht. So, ähm, Chunk. Okay. Quick Climb. Fließe. Alright. Nether Diamond. Läuft, ähm, so. Das kommt weg. Du bleibst. Wech, wech. Drop, drop. Braucht doch eh kein Mensch. Okay, wie schaut's sonst aus? Äh, hier ist alles soweit im Lot. Tauchen gehen. Wer ist damit? Ähm. Diving Suit. Und Diving. Leder. Und Glas und Kupfer. Okay. Glas. Und zwar hiervon. So, also, ähm, Glas und Kupfer gibt Diving Helmet. Dann die Boots. Ich brauch mein Leder. Ich kann nicht Leder herstellen. Ähm. Rotten Flash. Ja. Wo? Da. So. Unser Malapool ist ja eh irgendwie randvoll. Feiny, fein. So. Zack, zack. Nee. So, zack. Äh, warte. So. Und. So. Wunderbar. Crafting Task. Diving Air Supply und Air Pump. Ja. Ups. So. Jep, jep. Und die Pump. Pum. Air Pump. Oh Gott, was haben wir hier alles? Iron Wheel. Oh Gott. Ja, gut. Das, das, das bauen wir jetzt noch. Wie gesagt, Air Supply. War das. Und die Pumpe. Auf jeden Fall mal ein Piston. Piston. Glas. Und diese Wheeldinger. Ähm. So. So. Was ist das, das, das? Mhm. Ein Glas. Habe ich Pistons gemacht? Mehr als ich brauchte? Nee, oder? Schade. Nope. Okay. Äh, koppelst du auch gerade. Wo ist das? Ja. Vier, drei. Ein mehr. Ja, 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 ja. Nja. Okay. Pistin. Was noch? Holz. Too easy. Oben in der Mitte? Ah, nee. Äh, hier. So. Dann. Echtens Sand habe ich. Died, Blue Coral und Coral Rock. Gut. Dann. Erstmal Inventar aufräumen. Ah. Da ist mein letztes Buch. Moment. Einmal kurz. Da. Ja. Hopp. Mein letztes Buch. Claim Reward. Feini, fein. Und dann. Oh Gott. Äh, nein. Nein. Ich hasse. Ich kann mich nicht merken. Enabled. Ja. Gut. Ähm. Coral, Coral Rock. Dann. Ja. Mal kurz den ganzen Mist wegräumen. Das Buch. Gerne wäsch. Los. Jetzt. Wollt ihr mich verarschen, Buch? So. Dann. Was ist das? Ach Gott. Ich muss glaube ich erstmal aufräumen. Und dann würde ich sagen, nochmal nächste Folge weiter mit Tauchen.